Seit vier Jahren ein reger Kulturaustausch zwischen der Steiermark und Syrienstadt. Jetzt haben vier junge Steirer eine Woche lang an der Musik-Uni von Damaskus unterrichtet. Die vier steirischen Musiker, Tankred Derler, Romana Kager, Daniel Kukowetz und Hans-Jürgen Findeis, hielten auf Initiativen der Deutschen Gesellschaft für Kulturpolitik an der Musik-Universität von Damaskus Workshops ab. Volksmusik, Pop, Jazz, Gehörtraining oder Instrumentenkunde sind auf dem Programm. Es geht darum, die Musikkultur aus Österreich mitzubringen und den syrischen Musikern zu erklären und im umgekehrten Sinne die syrische, ursprüngliche, traditionelle Musik kennen und zu lernen. Wir verstehen nun die ausländische Musik besser und die Österreicher lernten viel über unsere Musiktradition. Ein steirisch-syrisches Bild bildete den Abschluss dieses Erfahrungsaustauschs, der ein voller Erfolg war, sowohl auf musikalischer als auch auf menschlicher Ebene. Applaus